Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Da sind wir also jetzt zu den Patch-Notes von 31.0.3. Jetzt wissen wir also genau, was passiert. Bevor wir da drüber gehen, kurz ein paar Vorworte. Zum einen den Balance-Teaser habe ich natürlich auch ein, zwei Tage eher bekommen, sonst logischerweise kann ich nicht 15 Minuten später ein 40-Minuten-Video auf YouTube hochgeladen haben. Aber als ich den Balance-Teaser aufgenommen habe, habe ich diese Patch-Notes auch noch nicht gekannt. Also das Video über die Balance-Teaser war genauso, wie ihr ihn gesehen habt, nämlich ohne die Patch-Notes zu kennen. Insofern habe ich da genauso gejubelt oder Sachen halt doof gefunden. Und genauso werde ich jetzt bei den Patch-Notes dann jetzt auch Dinge wieder sagen können, im Sinne von, oh, das ist aber doch nicht so toll gelaufen, wie ich dachte, oder ein bisschen die Erwartungen runterschrauben, weil vielleicht Dinge nicht so gekommen sind, wie ich sie gehofft habe. Also ich wusste tatsächlich zum Balance-Teaser noch nicht, wie die Patch-Notes genau ausgesehen haben. Und natürlich ist es ein riesiger Patch, das heißt, wir haben ganz, ganz viele Buffs, wir haben ganz, ganz viele Nerves, auch wenn ich am Ende mit dem einen oder anderen Buff und dem einen oder anderen Nerve, wie sie ihn machen, nicht so zufrieden bin. Freue ich mich erstmal grundsätzlich, dass wir richtig viele Buffs und richtig viele Nerves bekommen. Ich freue mich, die nächsten ein, zwei Tage die neue Meta austesten zu können, auch wenn natürlich ein paar alte Sachen weiterhin nerven werden und auch wenn natürlich am Ende ist es Hearthstone und ich meine, wir wissen alle, es ist im Grunde genommen immer gemeckert. Aber das ist ja auch nur, weil man halt irgendwie da in dieses Spiel investiert ist. Es muss halt nun mal was anderes passieren und man möchte über andere Dinge meckern und man hofft natürlich auch, dass das eine oder andere coole Deck, speziell auch in dem Midrange-Bereich hochkommt und ein bisschen weniger gescampt wird und so weiter und so weiter. Und noch eine kleine Sache zum letzten Video. Vielen Dank fürs Anschauen des Balance-Teasers, also so viele Aufrufe in so kurzer Zeit. Es könnte tatsächlich Richtung vierstellige Aufrufzahlen gehen, also so 1000 nach 24 Stunden. Das ist wirklich sehr, sehr selten der Fall und speziell bei so einem Nur-Balance-Video eigentlich noch nie der Fall gewesen. Vielen Dank fürs Zahlreiche reinschauen. Das ist natürlich immer sehr motiviert, ein bisschen weiterzumachen hier auf YouTube, wenn die Zahlen hier und da mal ein bisschen höher werden, als sie sonst sind. Und deswegen auch, schaut den Balance-Teaser nochmal an, wenn ihr mögt, wenn ich hier euch zu wenig sage, denn ich versuche jetzt hier ein bisschen schnell drüber zu gehen, speziell über die Dinge, die wir eigentlich schon besprochen haben, weil sie genau so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Aber ich verspreche euch, wir müssen auch über einige Dinge noch reden, denn es ist halt ein paar Sachen auch nicht so gekommen. Also Vorworte, wie gesagt, sie wollen das Power-Level der alten Erweiterungen senken, sie wollen das Power-Level von Great Dark Beyond erhöhen, also alte Karten werden genervt, Great Dark Beyond wird gebufft, aber das Power-Level soll insgesamt ein bisschen niedriger sein. Das heißt, auch die nächsten Erweiterungen, die kommen, sollen sich eher auf dem Level von Dark Beyond einführen. Das heißt, sie wollen auch nicht zu krass jetzt buffen und hoffen halt, dass sie es jetzt nicht übertrieben haben, aber sie haben das Gefühl, sie mussten ein bisschen buffen, weil die Karten halt sonst nicht gescheint hätten. So ungefähr ist der Text hier zu verstehen. Könnt ihr euch natürlich auch selber durchlesen und natürlich auch auf Deutsch. Also, wir gehen zu den Nerfs über. Rino wurde genervt auf, ja, tatsächlich, er entfernt nicht mehr Dinge wie Schiffe oder Dormand-Diener, er entfernt wirklich nur noch Diener und er macht auch nicht mehr das Board weg. Also, von Empty the enemy board and limit the space to one. Remove all minions. Und das ist es. Also, er entfernt, es ist also ein Minion-Removal, der also auch keine Death-Rattles auslöst. Aber das war's. Kein Board-Space mehr auf 1 verringert, kein Schiff mehr entfernt. Und das ist, wie gesagt, für mich völlig fein und das ist auch von mir aus eine gute Änderung, aber er kostet weiterhin 10 Mana. Und das ist halt absolut für mich nicht zu verstehen und ein absolutes No-Go. Denn ich meine, so sehr muss man halt Karten nicht kaputt machen und so sehr muss man halt nicht sagen, weil ich meine, Rino-Decks sind ein eigener Archetyp, der theoretisch einigermaßen gerne gespielt wird. Und jetzt seien wir auch mal ganz, ganz ehrlich, Rino-Druide war eigentlich gerade auch nicht unterwegs. Rino-Schamane eigentlich auch nicht unterwegs. Rino-Paladin wurde nicht gespielt, Rino-Dieben-Hunter wurde nicht gespielt, Rino-Priester wurde nicht gespielt. Es gab ein einziges Rino-Deck, das war Todesritter und der Todesritter hat nicht mal eine eigene Rino-Karte, also eine eigene Klassen-Rino-Karte. Und das war das einzige Deck, was so richtig krass gespielt wurde. Und jetzt nerven wir Rino nochmal, was ich verstehen kann, weil er nervt und weil er die Starship kaputt macht. Alles gut. Ist für mich völlig richtig. Aber dann zu sagen, er bleibt auf 10 Mana, obwohl wir die Karte völlig vernichten von dem, was sie vorher getan hat. Das heißt, ich spiele jetzt also ein Rino-Deck. Und das beste Pay-Off ist jetzt also eine 10 Mana-Karte, die das Board cleart. Hätte man hundertprozentig auf zumindest 8 Mana zurücksetzen können und müssen. Und man hätte sogar überlegen können, ob es 6 oder 7 Mana für den Effekt nicht sogar auch okay gewesen wären. Aber so, das ist halt für mich so ein bisschen, ja, okay, er rotiert in 3 Monaten eh raus. Ja, wir müssen uns da jetzt nicht total drum käppeln. Aber im Endeffekt ist das so eine Sache, wo ich halt nicht verstehen kann, dass man da nicht gesagt hat, wir machen uns ein bisschen mehr Gedanken als einfach, ja, die Karte nervt jetzt, hat er auch genug und weg ist sie. Denn Rino-Decks, eigentlich machen sie ja Spaß. Nur wie gesagt, sie haben Rino immer komisch behandelt und jetzt behandeln sie total komisch. Sie haben diese 7 Mana-neutrale Karte, Murat nenne ich ihn ja immer aus Spaß, ich weiß gerade nämlich nicht mehr, wie er heißt, haben sie ins Spiel gebracht, nicht einmal gebufft und der wurde nie gespielt. Also ich mag Rino-Decks total, aber wie sie die Rino-Decks das ganze Jahr über behandelt haben und wie sie sich gespielt haben, war immer sehr, sehr seltsam. Und so richtig hatte man nach 2 Monaten das Gefühl, eigentlich wollen sie sie gar nicht so richtig im Game haben, denn drum gekümmert wird sich nicht so richtig. Lambleiter geht von 4 Mana 4-3 auf 4 Mana 4-4 und hat nicht mehr den Effekt, dass er immer einen Schaden höher gebufft wird, sondern macht einfach 4 Schaden. Also wenn ihr letzte Runde ein Elementar gespielt habt, dann macht ihr 4 Damage. Also ein 4 Mana 4-4er, der in einem Elementardeck 4 Schaden macht. Gut, wie gesagt, sie haben sich jetzt nicht dazu entschieden, dass es nicht mehr ins Face geht, sie haben sich dazu entschieden, dass es, also was auch der Tod der Karte gewesen wäre. Jetzt geht die Karte noch ins Face, macht aber halt einfach nur 4 Schaden. Das heißt mal ein 4 Mana 4-4er, der 4 Schaden macht, die Karte ist tot, die Karte ist damit RIP und Elementarschamane ist damit auch komplett RIP. Elementarmagier hat theoretisch noch seinen Spell Damage und konnte mit dem Spell Damage immer noch Leute töten. Ob das dann reicht? Hier zum Beispiel, wenn sie Lambleiter unbedingt nerfen wollten und wenn sie unbedingt den Effekt mit dem 4 Schaden, warum nicht auf 3 Mana? Also ganz ehrlich, ein 3 Mana 3-3er, der 4 Schaden macht. Also wenn es ein 3 Mana 3-3er wäre, der 4 Schaden macht, könnte man zumindest noch sagen, es ist ein sehr, sehr solider Diener in einem Elementardeck. Ein 4 Mana 4-4er, der 4 Schaden macht, ist jetzt in der heutigen Zeit wirklich nichts mehr Besonderes. Also jetzt ist er nicht mal mehr ein gefühlten, guter Element. Ja, ein 4 Mana 4-4er, der 4 Schaden macht, dürfte immer noch okay sein, aber absolut, also über okay geht es nicht mehr. Also auch hier hätte man wenigstens sagen können, na lass das Ding auf, ja auch dann wäre Elementar Schamane nicht wirklich spielbar gewesen. Hätte jetzt deswegen nicht viel geändert, aber trotzdem denke ich mir, dann setzt ihn halt auf 3 Mana wenigstens zurück. Dann macht 3 Mana 3-3er, der 4 Schaden macht, klingt noch ganz gut. So ist die Karte jetzt, wie gesagt, sie geht noch ins Face, aber sie kann ja nicht mehr, also Schamane kann einfach nicht mehr töten. Und, ähm, ja, Elementarmagier, ob das jetzt, sie hat das Nervige am Elementarmagier war, geht in die Breite und ballert dich mit 20 Spells. Also das ist eigentlich schlimme Deck und der schlimmste Turn von dem Deck, der wurde gar nicht angefasst und der Lambleiter, der eigentlich auch nur, der klar, der hat auch Leute gekillt im Magier, ist natürlich keine Frage. Der wird jetzt irgendwie so kaputt gemacht und auch der Schaman ist damit weg. Bin ich also auch kein Riesenfan von, muss ich sagen. Seabuis Shellis, das ist was anderes, die Karte geht nicht mehr ins Face, macht also 2 Damage auf Dina, wurde auch nicht gebufft. Man muss aber auch fairerweise sagen, wenn die Karte 3 Damage machen würde jetzt, dann wäre es halt einer der krassesten Removal ever und würde sogar so eine Spellmage-Karte und es gibt ja diese Spellmage-Karte, die, wenn du keine Dina im Deck hast, 6 Schaden macht, da wäre die Karte sogar besser, weil die würde dann ja auch für 2 Mana 6 Schaden machen und du hättest noch den dritten Schuss. Das heißt, dass man die Karte jetzt nicht auf 3 Damage gebufft hat, ist verständlich, weil sie wäre halt wirklich crazy gewesen. Daher ist die Karte jetzt eventuell tot, das kann sein, für 1 Damage, für 1 Mana, so viel Schaden machen war halt doof. Jetzt geht sie nur auf Dina, vielleicht reicht das dann nicht, aber dann ist das halt irgendwie so eine Karte, die ja entweder irgendwie total broken ist in dem Deck oder halt dann nicht funktioniert und sie wird nicht gespielt. Man muss gucken, es ist immer noch eine 1 Mana-Karte, sie kann immer noch relativ viel Board clear mit Spell-Damage und sie kann zumindest noch Zauberschübe aktivieren. Trotzdem glaube ich, dass das relativ wahrscheinlich auch dann nicht mehr groß gespielt wird. So, die beiden Schurken-Karten, die quasi Palladin oder Magier-Karten sind, werden wieder zurückgearbeitet auf, dass sie from another class. Das heißt, ihr könnt mit, wenn ihr die Karten in Palladin spielt, könnt ihr keine Palladin-Karten mehr reduzieren oder cheaten und wenn ihr die Karte in Magier spielt, könnt ihr keine Magier-Karten mehr reduzieren oder cheaten, weil ihr seid ja selber Magier. Ihr müsstet also als Magier Karten vom Schurken, Diebenhunter oder Todeshitter discovern oder als Palladin-Karten vom Schurken, Druiden oder Krieger. Keine Ahnung. Die könntet ihr dann wiederholen und die könntet ihr dann billiger machen. Solange das nicht im großen Stil funktioniert und solange dafür der Magier oder der Palladin werden die Karten ziemlich tot sein, was natürlich auch bedeutet, dass man eventuell überlegt, als Magier vielleicht wieder den Palladin-Touristen eher zu spielen oder als Schurke vielleicht vom Touristen ganz, äh, als äh, Paladin vom Touristen ganz wegzugehen, wobei Lumessa natürlich nicht schlecht ist als Karte an sich. Die Karten für den Schurken ist es im Endeffekt nicht anders, also der Schurke hätte die Karten ja auch spielen können, also, ne, ob jetzt Non-Row-Class oder Another-Class ist ja für den Schurken quasi völlig wurscht, das heißt, der Schurke hat die Karten bisher nicht gespielt und auch mit der Änderung warum sollte er sie spielen? Theoretisch kann man Starship-Teile wiederholen, aber mit einem 4-Mana-4-4er und einem 3-Mana-Starship-Teil zu wiederholen, ja, das ist nicht super schlecht, aber reicht eventuell nicht und es kann halt auch sein, dass die Karte eventuell Turn 4 tot ist, wenn du keinen Starship-Teil Turn 2, Turn 3 gespielt hast. Also, im Endeffekt sind es jetzt für Magier und Paladin ziemlich tote Karten wahrscheinlich, der Schurke hat sie bisher nicht gespielt. Wie gesagt, bei der Karte kann ich es absolut nachvollziehen, war halt zu stark, es kann halt nicht sein, dass du ständig 7, 8, 9 Mana-Karten mal eben mit Paladin und Magier wiederholst, von dem her, hier kann ich es nachvollziehen, die habe ich ja vorne im Balance-Teaser-Video schon gesagt, Seashill, wenn du die Karte hier änderst und wenn du die Karte zurückarbeitest, dann ist das ein richtig harter Hit für den Paladin und für den Magier. Warum die Karte jetzt noch? Was ist daran schlimm, wenn der Magier einen Tsunami für 5, 6 Mana spielt? Was ist daran schlimm, wenn der Paladin Pipsi oder Mythos für 5 Mana spielt? Ich meine, die Karte hat zumindest dazu beigetragen, dass Pipsi gespielt wurde, weil Pipsi für 7 Mana halt so gut wie unspielbar ist, Pipsi für 5 war halt okay, das heißt, wie gesagt, hier sehe ich es so, ja, ich will ja auch, dass das Power-Level runtergeht, aber am Ende gibt es halt starke Decks, es wird immer starke Decks geben und einmal Pipsi, Amithus oder einen Tsunami für ein bisschen Mana weniger cheaten, es sind 2 Mana weniger, 2 Mana-Cheat, fand ich hier völlig okay, von dem her, die Karte finde ich richtig, die Karte finde ich dann übertrieben, meine Meinung, kann man auch anders sehen, aber Sleep Under the Stars geht, ganz simpel von 7 auf 8 Mana, wie gedacht, also sie ändern nicht irgendeinen der Effekte, sie ändern nicht die Refresh 3 Mana-Christals auf 2, sie gehen auf 8 Mana, ist okay für mich, ich hätte das andere ein bisschen besser gefunden, beziehungsweise irgendwie so ein bisschen stylischer, als jetzt einfach wieder das Mana um einen hochzusetzen, speziell auch, weil man, also für 7 Mana einfach eine Rüstung machen, fand ich halt okay, also für 7 Mana mir mal 15 Rüstung zu machen, das fand ich eigentlich ein ganz cooles Play und das hätte ich auch gerne weiterhin gemacht, von dem her, dann einfach die Flexibilität durch das Mana, zu verringern, wäre es schöner gewesen, jetzt kostet die Karte 8, ist in Ordnung für mich, aber gut, Quasar geht von 6 auf 8 Mana, wird damit also wirklich kaputt gemacht, die Entwickler haben auch hier wirklich einen netten und ehrlichen Text geschrieben, im Sinne von, ja, wir wollen halt immer so Karten machen, die die Leute an die Grenzen bringen, was man so spielen kann und die irgendwie so, ne, Spaß machen, aber es sollte auch eigentlich keine Metakarte sein, es war halt mehr so ein Versuch und mal gucken, was die Leute so tun, im Endeffekt haben sie es eingesehen, es war Quatsch, also so eine Karte ins Spiel zu bringen, ist Quatsch, weil sie kann halt, genau, es gibt zwei Möglichkeiten, wie gesagt, die Karte funktioniert nicht und wir halten ihm, okay, dann wird sie nicht gespielt oder die Karte funktioniert und wenn sie funktioniert, dann ist sie halt ein, ich spiele mein ganzes Deck, weil mein ganzes Deck kostet nichts, also genau das, was man gesehen hat, die Karte ist Müll oder sie ist halt total broken, jetzt hat sie funktioniert, so halb, weil wenn sie funktioniert, ist sie halt broken, also selbst in dem Deck hat, also ja, es wurde das Deck gespielt, aber es hatte ja nicht mal die ultra krasse Winrate, aber selbst da war es dann so, entweder es klappt, dann hast du direkt gewonnen oder es klappt nicht, so oder so die Karte war, ist ein Designfehler gewesen, hätte man nie machen sollen, sie haben es aber auch im Endeffekt eingesehen, deswegen geht die Karte jetzt auf 8 und wir bekommen ordentlich Dust dafür. Everything Must Go geht von 8 auf 9 Mana, auch das war klar, denn sie darf ja nicht mehr mit dem Roboter funktionieren, aber das Lustige ist, die Karte ist jetzt auf zwei Arten genervt, Punkt Nummer 1, die Karte wird nicht mehr so einfach von diesem 3-2er Roboter gezogen, aber nicht nur, und das ist ja eigentlich das, worum es ging, sondern die Karte wurde jetzt auch genervt, weil sie ja 1 Mana mehr kostet, das heißt, sie kostet 1 Mana mehr, das heißt, du musst eine Karte mehr ziehen, also zum einen musst du eine Karte mehr ziehen, zum anderen kann sie nicht mehr von dem Roboter gezogen werden, dass sie nicht mehr vom Roboter gezogen werden würde, hätte ja eigentlich gereicht. Von dem her wurde die Karte tatsächlich jetzt doppelt getroffen, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil es war ja wirklich nur diese Sache mit dem Roboter, die richtig, richtig broken war, daher die Karte wahrscheinlich jetzt auch ziemlich tot, nehme ich an. Molded Magma trifft nicht mehr das Face, das ist der eine Nerf, über den ich mich wirklich richtig freue, der ja auch den Asteroiden-Schamanen zumindest trifft, und das ist auch eine einigermaßen neue Karte, ist eine coole Karte, kann man immer noch einschmeißen, um das Board zu clearen, mit Spell-Damage immer noch nice, kann man einwerfen, um Raisel-Daisel zu aktivieren, kann man einwerfen, um Zauberschübe zu aktivieren, weil man sie ja einfach dreimal casten kann, aber sie macht halt nicht mehr nebenbei 2, 5, 8 Face-Damage, je nachdem, wie viel Spell-Damage man so hat, und das muss einfach bei der Karte auch nicht sein. Wave of Nostalgia geht von 5 auf 6 Mana, auch das war glaube ich klar, der Effekt kann halt nun mal nicht geändert werden, die Karte ist halt ein bisschen kaputt mit dem 2 Mana Deam-Manda-Spell, den Deam-Manda-Spell wichtig ist, klar, es bleibt das Problem, man kann es immer noch machen, jetzt macht man es einen Turn später, und es bleibt weiterhin das Problem, dass man im Deam-Manda-Spell auch mit Kampfrausch kombinieren kann, dann gewinnt man einfach, aber gut, es gibt halt starke Plays, es gibt auch mal ein Play, wo man gegen nichts gegen machen kann, dass die Karte so 6 geht, ist okay, eigentlich wie gesagt, für 5 Mana, denke ich, war die Karte in Ordnung, aber die Support-Karten drumherum haben sich dann jetzt als zu gut herausgestellt, dass es vielleicht zu oft einfach dann Turn 5 der Sieg war, oder halt nicht, je nachdem, weil es ist ja 1G, Random Legendaries können halt sehr unterschiedlich sein, von 12-12 bis zu 2-1er-Stuts oder so, Sweats of Despair wird das zweite Mal genervt, ging von 1 auf 2 Mana, geht jetzt von 2 auf 3 Mana, wie gesagt, für 2 Mana im Endeffekt jedes Board clearen können, ist halt super krass, jetzt kann man für 3 Mana eventuell jedes Board clear, das ist immer noch eine gute Karte, wird man auch glaube ich nicht rausschmeißen müssen, aber es ist okay, dass die Karte 3, für das was sie macht, ist es okay, dass die Karte jetzt auch 3 kostet. Reska bekommt den lockeren Nerf, also nicht auf 30 Mana, sie geht auf 25 Mana, ich meine, ja wie gesagt, sie wird natürlich in langen Control Games, Todesritter gegen Todesritter, wird es vielleicht oft egal sein, oder Todesritter gegen, keine Ahnung, Rhinodroide, oder was weiß ich denn, Rhinodroide, aber du spielst auch mal gegen einen Buff Paladino, oder du spielst auch mal gegen einen Facehunter, der, und es geht darum, dass du Reska Turn 6 oder 7 spielen könntest, und da, das war jetzt schon schwierig, also das war immer so, gerade so dieser Knackpunkt, kann ich Reska spielen, kann ich Reska nicht spielen, und mit diesen 5 Mana mehr wird man Reska jetzt wirklich in aggressiven oder midranging Lineups, also Gegner, wird man das oft nicht mehr spielen können, weil man dann, weil die Karte dann 3, 4 Mana zu oft, natürlich wird es Games geben, wo es völlig irrelevant ist, weil sie immer noch 0 kostet, klar, aber es wird Games geben, wo sie jetzt einfach dann 11 kostet statt 6, oder wo sie 6 kostet statt 0 oder 1 Mana, und das macht dann halt den Unterschied. Funnel Cake, 2 Mana ist völlig okay, die Karte hätte schon 100 Jahre lang genervt werden müssen, endlich ist es passiert. Mystery Egg, geht von 4 Mana auf 3 Mana-Cheat, auch hier, ich denke, das ist der gute Nerf, also die Karte jetzt wieder auf 5 setzen, hätte ich auch ein bisschen doof gefunden, man soll es ja auch ein bisschen fluffy spielen, aber dass sie da jetzt schon mal präventiv gesagt haben, das könnte zu stark werden, und man ein bisschen weniger krass cheaten kann, und ein bisschen weniger scammen kann, ist auf jeden Fall nicht, ob das reicht am Ende, wird man sehen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und Order in the Court, zieht wieder eine Karte, also eigentlich wird die Karte wieder gebufft, also du orderst dein Deck vom höchsten auf den niedrigsten Kosten, und du ziehst eine Karte, und eine Karte zieht es ja im Endeffekt einen Buff, also die Karte wurde damals genervt, dass das nicht passieren soll, aber es ist jetzt ein Buff, also es ist ein Buff-Nerf, wie auch immer, das Problem ist halt, also du hast Expense im Deck, dann spielst du order in the Court, ja, order in the, das heißt, du ziehst als nächstes Expense, das weißt du, aber du ziehst sie ja direkt, das heißt, Expense wird jetzt sofort gezogen, kannst also nicht mehr mit 100 Damage dem Gegner ins Gesicht schießen, das ist aber auch nur eine Änderung für Wild, aber natürlich könnt ihr die Karte auch dann dis, also alle Karten, über die wir gerade gesprochen haben, könnt ihr disenchanten, das heißt, wenn ihr sie zweimal, dreimal, viermal, fünfmal habt und ihr wisst, ihr wollt sie nicht spielen oder wenn ihr sie fünfmal habt, sowieso, disenchantet sie, ihr bekommt den vollen Dust. So, mal eben kurz noch einen Schluck trinken. Bevor wir zu den Buffs kommen, so, Ascara geht tatsächlich auf vier Mana, das habe ich ja schon gesagt, Ascara denke ich, ist allgemein schon eine gute Karte gewesen, als vier Mana Karte noch viel besser, macht sie nicht wirklich spannender, aber ich denke, Ascara jetzt eine absolut großartige Karte. Ob das dazu reicht, einen Draenei Priest nach vorne zu bringen, weiß ich nicht, aber an Ascara soll es nicht mehr scheitern. Dirdra zieht tatsächlich einfach zwei Crewmates, also statt einem Crewmate zieht sie zwei. Für mich bleibt Dirdra eine feildesignte Karte, für mich bleibt Dirdra über längere Spiele gesehen absolut Müll, aber dadurch, dass du jetzt halt, also im Endeffekt ist es so, ich denke, dieses Crewmate Deck ist darauf ausgelegt, du hast eine einigermaßen gute Curve, Turn 1, Turn 2, Turn 3, Turn 4, ziehst dir da deine drei, vier, fünf Crewmates zusammen und Turn 5, Turn 6 spätestens, muss da was passieren, musst du das Board voll klatschen und du willst damit gewinnen. Das ist, denke ich, die Idee dahinter. Und wenn das nicht funktioniert, dann bist du eh ziemlich am Popo und wenn das nicht funktioniert, dann hat Dirdra dein Deck schlecht gemacht. Also du kannst Turn 1 den einen Spell spielen, du kannst Turn 2 die Karte spielen, die jetzt auch richtig nice ist und du spielst Turn 4 Dirdra und du kannst dann Turn 5, Turn 6 diese komischen Crewmates ein-, zweimal spielen, jeweils mit drei oder vier zusammen und damit sollst du das Game gewinnen. Und das funktioniert entweder einigermaßen gut oder das funktioniert nicht und dann ist Dirdra auch der letzte Bill. Denn ich meine, zwei Crewmates zu ziehen, ist halt nice, weil du ziehst halt zwei, die sind direkt nebeneinander, vielleicht ist direkt ein dritter daneben, dann kannst du direkt den nächsten Turn, Turn 5, drei von denen spielen und das sind dann ganz gute Plays. Und das ist die Idee und das muss so funktionieren. Übers lange Spiel gesehen ist die Fähigkeit von Dirdra absoluter Müll und ich bleibe dabei, sie müllt dein Deck zu, aber wenn du sie halt spielst und du gewinnst die nächsten ein, zwei Runden direkt mit dem Effekt, dass du die zwei davon ziehst, vielleicht hat das dann den Effekt, dass die Karte jetzt gut ist. Die Karte ist jetzt viel besser als vorher, aber am Ende sind immer noch sechs Crewmates in deinem Deck, die du nicht topdecken möchtest eigentlich. Außer halt vielleicht Turn 5, Turn 6 direkt als Topdeck, um sie halt mit den zwei noch zu spielen, die du schon gezogen hast. Also D3 ist so eine Karte, du spielst die Turn 4 und dann 5, Turn 6 willst du eigentlich das Game gewinnen oder halt zumindest krasse Turns machen, die dich nah an den Sieg ranbringen. Voronai Recruiter, wie gesagt, ich denke, das war eine gute Karte vorher schon. Jetzt hat sie zwei Dreier-Stats, jetzt hat sie also quasi die Vanilla-perfekten Stats oder so, wie man das sagen kann. Zusätzlich kommt noch, dass du am Ende des Turns mindestens einen Crewmate bekommst und wenn die Karte überlebt, gibt sie dir vielleicht auch noch einen zweiten oder einen dritten, also sie hat quasi auch sowas wie Soft Taunt, also wirklich eine gute Karte, das ist wirklich eine nette, gute Karte, da kann man nichts mehr gegen sagen. Ob das am Ende reicht, das werden wir sehen. Ob das ganze Crewmate-Konzept halt funktionieren kann, das ist immer noch so eine Frage. So, die Librem-Pala-Buffs, wo glaube ich die meisten von euch drauf warten oder zumindest viele von euch oder viele von euch oder auch überhaupt im Internet freuen sich über Librem-Pala-Leben und wollen das glaube ich ganz gerne spielen. Die Waffe geht von 3-Mana-2-3 auf 3-Mana-3-2, das heißt, man kann zum einen die 6 Schaden wesentlich schleier machen, man kann besser Diener traden und natürlich, man kann einen Turn früher die Reduzierung rausholen, also es ist eine großartige Buff, es ist eine großartige Karte jetzt. Urel geht von 5 auf 4 Mana, also ich hab's mir gedacht, sie geht von 5 auf 4, dafür verliert sie einen Angriff, ob das überhaupt nötig war, weiß ich nicht, aber sie machen es. Ist jetzt ein 4-Mana-3-3er, der dir immer noch die 3 Librems gibt, leider keine Reduzierung. Sie haben sich also für die leichte Variante entschieden und sie haben ja sogar noch einen Angriff weggenommen, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt nötig war, aber okay. Trotzdem Urel jetzt für 4 Mana natürlich viel besser als für 3 Mana, äh, für 5 Mana. Ob's eine gute Karte habe ich, da bin ich noch unsicher. Und, ähm, okay, ich, nee, ich geh einfach weiter, ich zieh am Ende ein kleines Fazit nochmal und, ähm, dann kommen wir nochmal auf Pallin zu sprechen. Die Fairfire Thrusters gehen tatsächlich einfach nur von 2-3 auf 2-4, das ist wirklich meine größte Enttäuschung bei den Buffs. Also die Tatsache, dass Warlock nur einmal gebufft wird, ist sowieso eine Geschichte, über die man reden kann. Und jetzt habe ich zumindestens gedacht, dass sie die Karte ein bisschen krasser buffen, also entweder auf 2 Mana, wobei das halt ein bisschen komisch wäre, oder halt ihr Angriff geben, weil sie macht ja Angriff als Spellburst. Aber nein, sie geben ihr ein Leben mehr. Also diese Karte hat jetzt ein Leben mehr und das rettet jetzt den Warlock, dass er wegkommt von entweder alten Sachen, also Pain oder Fatigue, oder dass man die neuen Karten spielen kann. Also man kann jetzt die neuen Karten beim Warlock spielen, weil das Ding ein Leben mehr hat. Ja, und das Shatari Cloakfield bekommt den gleichen großartigen Buff, geht von 1-3 auf 1-4. Hier ist das Leben aber zumindestens ein bisschen sinnvoller, also es ist ja nun mal eine 2-Manner-Karte, also Turn 2 einen 1-4er zu spielen ist halt schon relativ hart, weil 4 Leben kann man oft nicht machen und die Karte ist Illusive. Also die Karte hat Illusive und die Karte hat 4 Leben, also die Tatsache, dass man sie töten kann, ist nicht so leicht. Das heißt, sie kann überleben und wenn sie überlebt, dann kannst du den Effekt in die nächste Runde tragen und wenn du den Effekt in die nächste Runde trägst, kannst du entweder gecoint Turn 2 eine 3-Manner-Karte spielen oder du kannst Turn 3 eine 4-Manner-Karte spielen und wenn sie über 2 Runden überlebt, kannst du Turn 2, Turn 3, Turn 4 halt eine 3, 4, 5-Manner-Karte spielen. Also die Tatsache, dass du die Karte spielst Turn 1 oder Turn 2 und dann halt, sie wird ja ziemlich oft überleben und dass du dann halt einen Spell spielen kannst, der billiger ist, das ist schon nice. Also von dem her, hier das eine Leben macht wesentlich mehr Sinn als da oben. Wie gesagt, der Effekt hat nichts mit Leben zu tun, die Karte ist eh schon nicht gut. Hier auf einer billigen Karte ein Leben zu erhöhen, die auch schon Illusive hat und die einfach auch an Bord bleiben soll, damit man den Effekt nutzen kann, macht hier dann wesentlich mehr Sinn. Auch hier nochmal, natürlich trotzdem ist es ein sehr zarter Buff, ob der jetzt reicht, um dann ihn, vielleicht mit den Nerfs zusammen, wird am Starship Druiden nochmal getestet, der wirklich Starship Karten spielt und nicht nur die Rüstungskarte. Jetzt kommen wir zu den Schurken Buffs, die auch nicht komplett so sind, wie ich sie mir, also nicht komplett. Also zum Beispiel, das hier hatte ich ja gedacht, geht auf 4 Mana. Nein, wir bleiben bei 5 Mana, aber erhöhen die Stats, aber zumindest um 1,1. Also wir erhöhen nicht nur ein Leben, wir erhöhen nicht nur einen Angriff, wir erhöhen von 4,3 auf 5,4 und man muss ja zumindest eine Sache sagen, die Karte wird ja zum Raumschiff und das Raumschiff wird gesplittet. Das heißt, die Karte hat 1,1er Stats mehr, das Raumschiff hat 1,1er Stats mehr und der Split hat 1,1er Stats mehr. Also alleine diese 1,1er Stats auf der Karte machen quasi 3,3er Stats über das gesamte Spiel aus. Es multipliziert sich also auch noch mal so ein bisschen. Von dem her, es ist eine sehr starke Karte sowieso schon. 4 Mana wäre natürlich viel, viel besser gewesen, aber man muss auch sagen, es ist halt auch eine extrem mächtige Karte, wenn es mal funktioniert. Von dem her, vielleicht hier nicht zu sagen, ich gehe auf 4 Mana, Power Creep, Scam, ist von mir aus auch vielleicht die richtige Entscheidung und es ist zumindest ein guter Statsbuff, von dem her gucken wir mal. Starship Schematic macht genau das, was wir dachten. Sie discovert ein Deck, aber es kostet einen weniger. Sehr coole Karte jetzt. Könnte man 3 Mana Starship Teile, also du kannst das 3 Mana Schurken Starship Teile Turn 2 spielen, das 3 Mana Hunter Starship Teile Turn 2 spielen, was hier, das ist ein komischer Greifarm. Du kannst das 3 Mana Todesritter Teil, was einen Diener beschwört, mit Todesrechern kannst du Turn 2 spielen. Also gerade die sehr, sehr guten Starship Teile, die 3 Mana kosten vom Hunter und vom Todes, bin ich jetzt doof, jetzt habe ich Todesritter, gerade die kann man halt Turn 2 dann schon spielen, also viel, viel bessere Karte als vorher und die Karte geht einfach auf Kampfschrei, aber bleibt bei Random. Also nein, kein Discover, kein Mann darf sich das aussuchen, es bleibt bei Random. Finde ich eigentlich auch cool, weil dadurch, dass es Random bleibt, baut man sich halt wirklich auch immer ein Random Schiff. Also wenn es nicht Random wäre, dann würde man halt immer die gleichen Schiffe bauen. Also hier nimmst du ja auch immer das Hunter Teil, hier nimmst du immer das Todesritter Teil. Es gibt eigentlich immer so die gleichen 2-3 Teile, die man nimmt, weil so viele gibt es ja auch nicht, das heißt, du discoverst halt schon oft eins von den guten. Von dem her hiermit dann Random, ja natürlich kann es dann passieren, dass du Müll bekommst, oder was heißt Müll, aber zumindest relativ schlechte Sachen, oder zum Beispiel dieses Druidenteil mit dem Arcane Spell, bringt ja wirklich gar nichts. Aber das ist halt Random, und dann darf es auch mal zu, von dem her, eigentlich bin ich Fan davon, und dass es ein bisschen Random bleibt. Und Kampfschrei ist zumindest besser als Todesrechle. Man muss aber fairerweise sagen, die Karte bleibt jetzt auf 5 Mana, ist also nicht schneller geworden. Die Karte macht eigentlich das gleiche wie vorher, nur eventuell ein bisschen schneller, oder ein bisschen schöner. Und der einzig richtig gute, richtig, richtig gute Buff ist für mich der hier. Also ja, es werden alle Starship-Karten gebuft vom Schurken, und am Ende sind es auch Buffs, aber das ist der einzige, der für mich so richtig mega relevant ist. Von dem her würde ich den Impact direkt auf den Starship-Schurken jetzt nicht für zu krass halten. Die Exodar geht auf 7, das ist tatsächlich ein sehr guter Buff. Okay, sie geht von 6, 10 auf 6, 8, aber ich denke, das ist dann absolut tutti. Und ich meine, sie schreiben es auch, this last change is spicy. Also sie wissen selber, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Finde ich gut, dass sie das schreiben, finde ich gut, dass sie das auch wissen. Denn die Exodar, wenn sie funktioniert, wenn das klappt, dann kriegst du unfassbar viel Value, du kriegst unfassbar viel Rüstung. Du kannst auch mal Games gewinnen. Das jetzt schon Ton 7 zu machen, natürlich musst du das Schiff ja trotzdem vorher bauen, kann trotzdem sehr, sehr mächtig sein. Also ich finde es gut, dass sie es buffen, weil die Starships brauchen Hilfe. Aber ich finde es auch gut, dass sie sehen, vielleicht ist es ein bisschen hart und eventuell müssen wir halt wieder zurückgehen, wenn das wirklich ein Buff ist, der zu stark ist. Ace Wayfinder geht von 5 Mana 5, 5 auf 4 Mana 4, 4. Ich habe es ja schon mal gesagt, auch die Karte war für 5 Mana schon ganz gut. Für 4 Mana dürfte sie jetzt noch viel besser sein. Kann man dann nett weiter curven into 5 oder 6 Mana. Dürfte jetzt eine richtig gute Karte sein. Und der Dimensional Core geht von 3 Mana 3, 2 auf 2 Mana 2, 2. Also auch hier der nette Buff. Die Karte jetzt Turn 2 schon zu spielen. Ein 2 Mana 2, 2 mit Gotteschild ist ein bisschen nervig. Kann ganz gute Trades machen. Sollte jetzt ein wirklich solider Diener sein in einem midrangigen Starship Deck. Und der Astral Vigilant geht von 1 Mana, ach, geht von 1 Mana 1, 1 auf 1 Mana 1, 2. Er bekommt also ein Leben dabei. Das ist nice to have. Also die Karte will kombiniert werden. Also du willst mit der Karte Velen kopieren oder vielleicht Ascara kopieren. Du willst irgendeinen netten Draenei damit kopieren. Das ist das, worum es geht. Dass die Karte jetzt ein Leben mehr hat und vielleicht nicht mehr durch irgendeine Heldenfähigkeit stirbt oder durch den leichtesten Trade der Welt ist gut. Aber am Ende geht es um den Effekt und ich denke, deswegen ist der Buff jetzt nicht so wild. Aber auch nett, dass sie es gemacht haben. Es gibt noch ganz viel Battlegrounds. Das soll mir natürlich egal sein. Die eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, ist, dass Discover-Mechaniken werden ein bisschen geändert. Und die eine Sache, die ich einfach nur sagen möchte, ist Master Scroll. Es gibt die Hunter-Karte Master Scroll. Wichtig ist, nicht die Kern... Ich glaube, ich weiß gerade nicht, ob sie im Kernset ist, aber auf jeden Fall die Nicht-Kernset-Variante sollte sie im Kernset sein. Die könnt ihr für den vollen Dust dis entscheiden. Also habt ihr Master Scroll. Das ist dieser komische Horn-Spell, mit dem ihr irgendwie drei Wildtiere zieht. Wenn ihr den habt, könnt ihr den auch ab dem Patch für den vollen Dust dis entscheiden. So. Dann ein kurzes... Also, insgesamt so viele Buffs, so viele Nerves. Es wird die Meta ändern. Es trifft relevante Karten. Ich bin erstmal zufrieden. Ich will nicht zu viel meckern. Auch wenn natürlich ein paar Sachen doof sind oder ein paar Sachen ich ganz anders gemacht hätte. Aber man darf sich halt den Patch nicht aussuchen. Es ist für alle Leute... Jeder hätte wahrscheinlich was anders gemacht. Von dem her, okay. Ich bin deswegen erfreut und bin gespannt, was sich tut. Aber, Sachen, die ich wirklich ein bisschen seltsam finde, die ich nochmal sagen muss, Rino. Also die Rino-Änderung finde ich total ganz großer Kappes, dass das dann bleibt, zehn Mana bleibt. Das ist die eine Sache, die ich ansprechen muss. Und, die Parler Buffs finde ich ein bisschen strange, weil wie gesagt, diese Karte war schon gut. Jetzt ist sie unfassbar gut. Und es gibt weiterhin aber ein paar Karten, die absoluter Müll sind. Warum hat man nicht die Müllkarten gebufft? Sondern es ist alles von dieser Waffe abhängig. Wenn ich diese Waffe ziehe, geht es wahrscheinlich einigermaßen. Wenn ich diese Waffe nicht ziehe, ist es trotzdem weiterhin der gleiche Müll wie vorher. Das finde ich ein bisschen schade. Und Warlock, ein einziger Buff für den Warlock, für die neuen Karten vom Warlock, die unspielbar sind. Und dann ist es ein einziges Leben auf diese Karte. Das verstehe ich nicht. Wie man beim Warlock nicht auch, wie beim Schurken sagen kann, wir buffen direkt zwei, drei Karten. Und wenn man zumindest nur eine bufft, dass man die vielleicht auf drei, vier oder so bufft, ein bisschen relevanter. Das kann ich auch. Paladin finde ich ein bisschen strange, die Karten, die sie genommen haben. Auch wenn die Buffs okay sind, aber es gibt halt Karten, die viel schlechter sind. Rino ist seltsam und Warlock nur die eine Karte und dann diese hier und dann um ein Leben. Also das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Und natürlich, okay, das muss ich auch noch mal kurz erwähnen, die Tatsache, dass Asteroidenschamane sehr, sehr soft genervt wird. Das Orakel, also quasi gar nicht, dass das Orakel nicht angefasst wird, kann für mich auch nur ein Fehler sein. Ich lasse mich gerne das eines Besseren bezeugen, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Und Sonja. Dass Sonja nicht angefasst wird, okay. Wenn Sonja okay bleibt, wenn es nicht in die Hose geht, ich sehe, ich stehe meinen Fehler ein und es war alles Tutti, aber ich glaube, auch das könnte ein Fehler sein, dass man mit dem Schurken nicht gesagt hat, Sonja ist nicht gut fürs Game. Ich bin gespannt. Ich danke euch für eure Zuhörerschaft mal wieder. Wir sehen uns dann auf Twitch heute Abend oder jetzt schon natürlich on Stream, wenn ihr das gesehen habt direkt. Ich bin gespannt, wie sich die Meter entwickelt. Bleibt gesund, bleibt friedlich und bis bald.